Äh... Wo müssen wir denn hin? Wir müssen die Blöcke... Okay, hier. Das das Doofe ist halt, dass die auch die Blöcke ballern können. Mh, warte. Nein! Nein, du bist tot! Und wo muss ich hin? Geh einmal kurz raus, dann bin ich ja gleich wieder da. Wir müssen gucken, wir müssen halt diese vier Schalter betätigen mit den Blöcken. Okay. Da schon mal nicht. Da muss man halt aufpassen, weil die... Ja. Die machen uns alles kaputt, siehste? Das ist das Doofe. Geh weg. Ähm... Boah, ich muss gerade echt überlegen. Können wir doch da hin? Geh weg, da. Ja, er ist tot. Okay, jetzt können wir uns in Ruhe Zeit lassen. Ah, das schaffen wir sogar. Das ist gut. Den jetzt nach da hinten. Nach oben. Also hier hinten links in die Ecke. Ja. Geht doch. Okay. Okay, hier muss man aufpassen. Pass auf, die... Ballern... Warte, die kann man aber ausschalten. Und wenn man da drauf die Bomben wieder zurückwirft... Boah, wirft die Bomben weg. Ich hab dir nicht aus Versehen, die hat gegeben. Nein! Boah, ist das ebel. Das ist gerade nicht nett. Geh mal kurz aus dem Bild raus. Bin ich gleich wieder... Gut. Okay, nochmal. Mein Gott! Nein, die da! Schuss nicht! Ah! Boah, ist das... Okay, die ist kaputt. Scheiße. Ich probiere die... Ich lenk die ab. Scheiße, ich muss... Da hinten hin. Ja, das ist auch schlau. Warte, ich geh einfach hier. Dann begibst du dich gar nicht erst unnötig in Gefahr. Da oben ohne Leben. Und wir weg. Ich hab dich getroffen. Du hast... Nicht schlimm. Okay, Schlüssel hast du. Ja, okay. Hier gibt es aber gar nichts, merke ich gerade. Gut. Außer den Haken. Okay. Ja, gut. Uh, da oben ist auch schon der... Andere Schlüssel. Gut, dann können wir da ein bisschen graben. Wo soll ich das mal eben? Nimmst du den Schüssel mit oder soll ich den? Ja, ich kann den auch mitnehmen. Wenn der das hier mal machen würde. Ja, ich kann nur so... Hier gibt es irgendwo noch ein Leben, glaube ich. Aber das habe ich schon oft gesagt. Das stimmt. Aber anscheinend wird das immer zufallsgeneriert sein. Kannst du hier die Bananen holen? Ich habe jetzt volle Herzchen. Volle Herzchen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nenne. Ich habe auch volle Herzchen. Gut. Aber du hast sogar ein Leben dafür bekommen. Ach, man kriegt ein Leben dafür, wenn man sechs hat. Okay. Ah, okay. Ja, dann. Ne, sammel mal auf. Ja, dann nimmst du noch mehr. Hallo, ich will noch mehr. Mehr Früchte. Bananen. Oh, da kann man ja gut sein Leben hier wieder auffüllen. Nein, das ist nix. Willst du auch nochmal nehmen? Ja, Früchte, Bananen. Schön. Und das mit. Oh, ich habe vergessen, meinen Skype umzustellen. Ach, egal. Unprocessen. Ah, das nehme ich ja gar nicht mit auf. Jetzt merke ich gerade. Also Skype-Ton nicht. Ja, wir müssen eigentlich nur da rüber. Wo? Jetzt? Ach, da rüber. Okay. Warte. Wir brauchen noch einen zweiten Haken. Ja, ach so, da kann man reinfallen. Okay. Wir brauchen irgendwo ja einen zweiten Haken. Warte, wir müssen noch einmal zurück. Ich weiß, hinten gab es einen. Ja, wir dürfen nicht in das Loch fallen, da. Hier ist noch ein Haken. Nein, 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 nein. Ah. Weg. So. Den noch ausschalten, dann nehmen wir da den Haken mit und dann passt das. Passt du mal so mit an. Und dann haben wir auch gleich schon das zweite Level geschafft. Hey. Cool. Das wird jetzt klappen mit dem. Okay, nicht wieder reinfallen. Äh, wie mach ich das denn jetzt ein bisschen? Den. Ja. Juhu. Was für dich? Warum falle ich denn mal rein, Mann? Ey. Ich mach überhaupt nichts. Oh Gott. Das ist ein Drahtseilakt. Nee, wirklich. Ich sollte vielleicht auch so laufen. Okay. Ich nehm das mal, ja? Jo. Brauchen wir den? Den machst du. Den nehm ich mit. Hier sind nochmal zwei Leben. Guck, ey. Dann haben wir wieder gleich viel Leben. Hier müssen wir jetzt aufpassen, die Typen. Am besten geht man dann da oben in die... Okay, die kannst du komisch rollen. Ja. Warte, der soll mal herkommen. Hallo, du sollst rollen. Ja. Okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Warte, roll. Dann können wir nämlich da hoch. Ich halte den mal hier. Okay, ich halte ihn gar nicht auf. Ah. Nein, 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 nein. Bleib da oben. Bleib da oben. Oh, nee. Schnell, 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 schnell. Und jetzt hier hoch. Schon wieder falsche Knopf, so. Und wieder Bosszeit. Oh, schon wieder. Mhm. Okay. Du weißt, er geht dort in irgendwas. Ja, und direkt mal weiter. Sollst du auch da den Fackel ausweichen? Das ist immer... Und das ist auch noch ganz böse. Und nochmal. Ah. Ey, du... Nein. Wenn gleich keine Fässer mehr da sind, dann... Oh, hier ist ein Leben. Nimm dir das mal. Ja, wenn ich da mal hinkomme. Yeah, die Ureinwohner dieser Insel helfen uns mit. Ganz viel Fässer an. Ja, ich renne schon wieder rein. Ey, du bist so gut, ne? Nein! Toll, die helfen uns sehr gut, indem die Fässer wie sonst was werfen. Und indem ich jetzt wieder tot bin. Okay, wir dürfen jetzt nicht sterben. Wir haben kein Continue. Oh, doch, doch. Oh, hey, hey, hey. Okay. Wir müssen das schaffen, weil wir kriegen das Passwort erst, wenn wir das geschafft haben. Äh... Also müssen wir uns jetzt anstrengen. Ja, er fängt gleich mit dem scheiß verfickten Flammenwerfer an. Ja, ist klar. Okay, okay, jetzt müssen wir warten, bis unsere Freunde hier kommen. Und ich will... Hilfe! Ja, klar, dann werfen die mir gerade eins zu. Und dann trifft er mich auch noch. Wie viel braucht der? Hallo? Komm, komm, komm. Wir müssen... Ja! Ich schreibe mir das Passwort wieder auf, also... Wir kommen doch gut voran, also... Ja! Langsam kommt das rein. Du kommst gut voran und ich laufe einfach so mit. Rubin, das ist das andere, ein Saphir, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Kirsche und Banane. Kirsche, Rubin, Saphir, Kirsche, Banane, okay. Schreibst du das auf oder malst du das auf? Ich schreibe das auf. Ich kürze das ab mit B, K und sowas. Ich mach doch jetzt da keine Kirsche hin, oder so. Okay, drittes Level in den Schloss. Jetzt können wir auch ruhig sterben, wir haben unser Passwort. Hier, noch ein bisschen Leben. Dann gehen wir mal hier rein in das... Okay. Ich werde natürlich sofort wieder getroffen. Das ist echt so hart hier irgendwie. Hier müssen wir Scheiter drücken und aufpassen wegen dieser doofen Ritterrüstung, aber die steht auf. Die steht auf, ne? Richtig. Oh, da ist gut. Du hast sozusagen mein Leben gerettet. Geh weg. Kann man die aufhiel? Oh, okay. Man muss sich dann nur noch einmal treffen. Man lernt immer wieder zu. Nehmen wir mit. Okay, dunkel. Das ist natürlich ganz schön. Ah, da ist eine Kerze. Nehmen wir mal mit. Hier. Die hilft natürlich ungemein. Okay. Eine Schaufel. Ich nehm die Schaufel mit, weil wenn wir gleich wieder so ein Feld finden zum Schaufeln, ist das ganz gut. Oh, ja. Ja, viel zum Schaufeln. Oh, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spannend. Los. Besonders wenn ich nicht treffe. Ab schneller. Ja, ich schaufel gerade immer daneben. Ah, ja. Oh, gut. Schön. Schön, ja. Schönes Feld. Und ich klaue dir immer die Kirschen und das Leben und... Genau, du, du... Ich ernte, weißt du, die Früchte meiner Arbeit will ich ernten. Genau, und ich sack das alles ein. Also bin ich, da bin ich, das war so sehr îl,あの besten Reidas. Und jetzt 그다음... Also bin ich auch으로, ich mache das Wort gemen.